Glück auf und herzlich willkommen zum Podcast Auebad Schlemer informiert. Es geht heute um eine Stadtratsentscheidung. Der Gesprächspartner ist der Oberbürgermeister der Großen Kreisstadt Auebad Schlemer, Heinrich Kohl. Heinrich Kohl, das markante Gebäude kennt jeder. Es geht um die ehemalige Wellnerfabrik. Ja, also es geht um das, was die Einheimischen entweder unter Wellner, August Wellner oder ABS aus DDR-Zeiten kennen. Das Objekt ist ja zum Teil um die Jahrhundertwende oder in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts errichtet worden. Und wie alle Einheimischen wissen, war das Besteckwerk das größte der DDR und hatte auch zwischen den beiden Weltkriegen bedeutsame Produkte. Ob das Besteck nun wirklich auf Kreuzfahrtschriften eingesetzt wurde oder nicht, Man findet das Besteck überall im Antiquitätenhandel, auf besseren Flohmärkten. Also es ist bundesweit durchaus vertreten und bei Kennern ist Wellner-Besteck geschätzt. Das auf jeden Fall. Nun steht aber dieses Gebäude schon seit vielen Jahren, war ein Schandfleck in Auebad Schlemer. Aber die Stadt hat gesagt, nee, nee, Abriss ist nicht. Warum hat die Stadt einerseits viel Geld in die Hand genommen und andererseits natürlich gesagt, dieses Gebäude muss erhalten bleiben? Das Gebäude muss erhalten werden im Hinblick auf die Bedeutung, sowohl vor dem Krieg als auch nach dem Krieg für die Besteckindustrie. Und ist auch sonst von der Architektur wichtig. Einige Dinge sind neu, wie Stahl, Skelettbau und ähnliche Dinge. Und sie sind sozusagen von der Architektur und der technischen Konstruktion erhaltenswert und sind markant städtebaulich dominantes Gebäude. Und da hat sich der Stadtrat zwar ziemlich einmütig, aber doch erst nach einer Reifungsphase für den Erhalt des Gebäudes entschieden. Aber schon immer, dass die äußere Hülle zumindest das Primat erst hat. Jetzt weiß jeder, der sich ein ganz kleines bisschen mit Architektur auskennt und natürlich auch weiß, was heutzutage auf dem Bau gezahlt wird, beziehungsweise wo die Baukosten liegen. Da sind Millionensummen tatsächlich schon investiert worden. Ja, die sind in der Vergangenheit investiert worden. Und am Bau war immer schon Konjunktur mal hoch, mal runter. Da kann man sich jetzt also, das kann auch für die Zukunft jetzt das immer wieder geben. Wir haben für den Erhalt der äußeren Hülle mit Fördermitteln, muss man sagen, 6,4 Millionen investiert. Unser Eigenmittelanteil ist 1,81 Millionen. Der Rest sind dann Fördermittel aus dem Städtebauprogramm. Das muss man sagen. Das ist also bedeutsam, das ist keine Einzelförderung, sondern eben eine städtebauliche Förderung mit Mittel des Bundes und des Landes. Jetzt haben Sie das investiert, ohne genau zu wissen, wofür das Gebäude zukünftig genutzt werden soll. Es gab verschiedene Überlegungen, wenn ich es richtig weiß. Ja, also im modernen Bau gibt es das auch häufig, dass man nicht genau weiß, für was man das nutzt. Nicht jeder ist ein Häuslebauer, man weiß genau, wo er sein Haupt niederlegt. Bei Bürogebäuden wissen Sie auch nicht, wer das nutzt und wann. Bei uns war das eher so, dass, als wir angefangen haben, noch keine private Nutzung erkennbar war. Deshalb haben wir also öffentliche Nutzungen von Kulturräumen, Museumsausstellungsräume, es waren also immer öffentliche Nutzungen vorgesehen, für die es außer der Stadt niemanden gegeben hätte, der sich an der Finanzierung beteiligt. So, dass wir bereits vor mehreren Jahren einen Teil des Gebäudes privatisiert haben, an einen einheimischen Ingenieur, der das Ganze aber, wenn man nicht den steuerlichen Begriff der Liebhaberei nimmt, aber mehr aus Prestige und beruflichem Interesse erworben hat und hat dort seinen Ingenieurbrennen untergebracht. Der restliche Teil gab es auch Nachfrage von Einheimischen eben als Gebäude für Wirtschaft, Handel und Gewerbe. Etwa nach dem Tenor, hier wurde erfolgreich im ausgehenden 19. Jahrhundert, beginnenden 20. Jahrhundert gewirtschaftet. Es war ein großes Werk, weltweit bekannt und man möchte von diesem Renommee leben. Aber manche Dinge entwickeln sich mit der Zeit. Sie erschlagen sich vielleicht auch. Ja, und so sind wir dann dazu gekommen, dass wir dann erstmal außer einer Einfachsten Nutzung als Lagerhalle für den Katastrophenschutz jetzt keine große Verwendung hatten. Durch die Fusion, das sind Vorteile, kamen wir in Kontakt mit jemandem, einem Unternehmen, das also gewerblich Seniorenwohnheime, nennen wir das genauer Pflegeheime, betreibt. Und die betreiben das teilweise in Miete, teilweise aber auch in, wenn sie das so wollen, dann doch auch in Eigentum. Und hier war das vorgesehen in Eigentum zu übernehmen. Es gibt ein großes Referenzobjekt in Thalheim, dort ist das Unternehmen auch tätig. Das Konzept ist so, man nimmt alte Industriegebäude, baut die aus zum Pflegeheim, mit dem Sinn, dass die Kinder, die den Pfleglingen ja doch letztendlich hochbetagten, unterbringen wollen, ihn sozusagen in seiner alten Heimat, da wo er vielleicht gearbeitet hat oder wo er sozialisiert ist in der Jugend, unterbringt. Das ist also ein schlüssiges Konzept. Man kehrt zurück an die Jugend oder die Wurzeln seiner bewerblichen und beruflichen Tätigkeit. Jetzt haben Sie einen ganz, ganz großen Sprung gemacht. Wir müssen die Hörer an dieser Stelle vielleicht nochmal ganz kurz mitgeben. Also es gibt mittlerweile tatsächlich eine Entscheidung des Stadtrats, die da besorgt, Azurit, so heißt die Firma, so heißt das Unternehmen, wird dieses Pflegeheim käuflich erwerben. Ja, es ist präziser, es ist eine Trägergesellschaft mit den Gesellschaftern von Azurit. Das sind aber Dinge, die jetzt für unsere Entscheidung nicht maßgeblich waren, sondern das schlüssige Konzept, das an den Beispielen wie in Thalheim dargestellt wurde, die hatten wir im Ausschuss vorher besichtigt, diese Dinge. Also das ist keine einsame Entscheidung oder Kurzfrist, sondern das ist ein über zwei, drei Jahre gewachsenes Projekt. Jetzt könnte ja jemand kommen und sagen, der Mensch, jetzt verkaufen die das, haben schon 6,4 Millionen Euro investiert, 1,8 Millionen Eigenanteil. Da muss ja ordentlich Geld jetzt fließen, aber ganz so ist es glaube ich nicht. Nein, also man muss ja sehen, wenn Sie ein denkmalgeschütztes Objekt, das gilt auch, wenn Sie ein Schloss haben wollen, also so ist es nicht. Schlösser kriegen Sie auch nachgeworfen, müssen Sie nur erhalten. Und so ist es hier auch. Dieses denkmalgeschützte Objekt muss unterhalten werden und muss innen ausgebaut werden. Und da entstehen natürlich Kosten, nicht um Ende, sondern hier geben wir vom Investitionsvolumen von 12 bis 14 Millionen aus. Die müssen Sie ja für den Innenteil aufwenden. Hätte auch die Stadt machen müssen, wenn sie nicht gerade eine einfache Lagerhalle nimmt. Alles andere hätte auch Geld gekostet. Und das muss man dann natürlich so pegeln, wie der Markt ist. Aber es ist nicht ungewöhnlich, dass auch im Wirtschaftsleben man, wenn man etwas verkauft, sogar noch was drauflegt, damit es ja jemand nimmt. Ich denke da nur, als BMW Rover abgestoßen hat. Also es ist nicht ungewöhnlich im Wirtschaftsleben, dass man für eine Veräußerung sogar noch was bezahlt. Und hier zahlen wir den Anteil drauf, den wir investiert haben. Aber es ist ja nicht so, dass der einfach machen kann, was er will, sondern es ist ja genau vorgeschrieben, was er zu tun hat. Also zweckgebunden, wie man so sagt. Und der Erhaltungsgebäude und das andere wirtschaftliche Können. Übrigens, das ist ja Sinn des Städtebaus. Das wird teilweise nicht verstanden. Ja, der kriegt ein privates Geld. Selbstverständlich soll der private Geld erhalten, dass er überhaupt in der Lage ist, städtebaulich schwierige Objekte zu unterhalten. Dass wir immer diesen Städtebau für Eigeninvestitionen missbraucht haben, ist unserer Klammheit zu verdanken. Ziel des Gesetzgebers ist aber, die Fördermittel dem Privaten in dem Städtebaufördergebiet zugutekommen zu lassen. Das soll ja in der Tat eine echte Subvention sein. Alles super, total klasse. Jetzt fragt der ein oder andere vielleicht auch, und ich frage es natürlich auch, wann geht es denn los? Wann werden die ersten einziehen? Ich glaube, das zieht sich noch ein bisschen. Ja, wir haben ja jetzt, 22 ist sozusagen bautechnisch rum. Das muss man jetzt ehrlich sagen. Die Aufträge sind vergeben. Und 23 muss das dann durchgeplant werden. Ich gehe davon aus, dass es 24 richtig losgeht, selbst wenn man das Maßband oder irgendetwas noch 23 durchschneidet aus bestimmten steuerlichen Gründen. Es wird dann 24 losgehen und wird dann sicherlich von dem Unternehmen zügig durchgeführt. Das heißt, vielleicht so ab 2025, 26 könnten die ersten Senioren einziehen? Das muss immer nichts vorgeben. Das wird aber schon längere Bauzeit in Anspruch nehmen. Also mit einem Jahr kommen wir nicht hin? Ich gehe auf ein Jahr nicht. Das ist ja ein sehr großes Gebäude. Und der Denkwollschutz ist ein Bestandsgebäude. Da müssen wir ja jede Arbeit individuell durchplanen und fürchten. Sie sind also, wenn ich das jetzt richtig verstehe, gemeinsam mit dem Stadtrat entschieden und auch glücklich darüber, dass sich jetzt diese Lösung gefunden hat. Naja, wir hatten sie ja schon wie bei dem skizzierten Ingenieurbüro gemacht. Das ist eine echte Privatisierung. Sie hat den Vorteil, sonst hätten wir es ja nicht gemacht, dass wir keine Folgelastung haben. Von den zurzeit viel diskutierten Heizungskosten kann man sich ja bildlich vorstellen. Wenn du keine Nutzung hast, musst du es aber heizen. Alles andere, Pflege, Überwachung, Kontrolle. Ja, und wenn du eine Nutzung hast, zum Beispiel für Kultur, musst du auch das Personal für Kultur bezahlen. Und wenn du keine Förderung kriegst, ist das nicht darstellbar. Also wir haben das Objekt erhalten, ohne dass der Stadt oder der Gemeinschaft Folgekosten entstehen. Und deshalb muss man sagen, das ist, ja, wenn das dann realisiert wird, ist das schon der goldene Weg. Jetzt ist ja dieses Pflegeheim nicht das einzige Pflegeheim, was Auerbart Schlemer hat. Wie sieht es da mit dem Bedarf aus? Ist der überhaupt so groß, so ausgeprägt? Naja, beim Bedarf ist das immer so eine Frage. Hängt auch von den äußeren Abständen der Pflegeversicherung ab. Da aber die Pflege, gerade auch in Ostdeutschland, wegen der Doppelverdiener nicht von Verwandten durchgeführt wird, wird es immer eine Fremdbetreuung geben. Und deshalb wird der Bedarf weiterhin sehr hoch sein. Ich sehe auch nicht, dass der Gesetzgeber das ändern kann durch den Übergang. Es wird mehr professionellen Leuten übergeben. Die Schwiegertochter oder die Schwiegerengelin, die sich dann für Großeltern oder Urgroßeltern aufopfert, die sehe ich nicht. Wir leben in keiner ländlichen Idylle des 19. Jahrhunderts mehr. Und das wird dann kommerzielle Fremdversorgung sein. Und da werden ausreichend Pflegeheime entstehen an der Stelle. Ich sehe im Augenblick keinen Überbedarf, dass das natürlich von der Demografie ein bisschen einseitig in Entwicklung ist, das ist anzunehmen. Aber es entstehen ja auch Arbeitsplätze. Es ist ja nicht so, dass das also nur ältere Leute bei uns wohnen, sondern es müssen ja auch Pfleger dort eingesetzt werden. Und die können dann am Ort unsere Bevölkerung durchaus unterstützen von der Anzahl und auch vom Konsum oder vom kulturellen Leben. Also das wäre jetzt meine allerletzte Frage zu diesem Thema gewesen. Es ist ganz einfach so, Sie sehen auch nicht den Mangel an Pflegekräften beziehungsweise an Fachpersonal, sondern das ist dann etwas, was sich einfach einpegeln wird. Ja, ein Mangel gibt es überall zur Zeit, aber es hängt von den attraktiven Bedingungen ab und von der Entlohnung. Und da ist ja im Pflegebereich auch in den letzten zwei, drei Jahren einiges in die Gänge gekommen. Es ist ja nicht mehr so, dass das am untersten Gehalts ist, sondern da hat sich ja einiges auf dem Markt verändert. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Und wenn Sie sich das Wäldner Gebäude einfach mal anschauen wollen, dann der Hinweis, das müsste Richtung Tschollau sein. Und dort beim Landratsamt, da ist dieser markante Bau zu sehen. Die Außenhülle sieht schon perfekt aus. Inne drin ist noch viel zu investieren. Aber Sie haben es gehört, in vier, fünf Jahren wird dort definitiv ein Pflegeheim einziehen. Ich sage vielen Dank Heinrich Kohl, dem Oberbürgermeister der großen Kreisstadt Aue-Bad Schlemer. Glück auf!